Hey yo, was geht ab meine Freunde, Patrick hier und ja, heute spiele ich wieder gegen Meti, ihr könnt das schon sehen hier, Meti drückt schon fertig, aber Meti ist nicht hier, nein, Meti ist uns live zugeschaltet, übers Telefon, aus seiner Heimat, er wohnt ein bisschen weiter weg, Meti kannst du uns hören? Ja, also hier, wunderschönes Wetter, Istanbul, 25 Grad, ich melde mich hier, alles wunderbar, Leitung steht, ja, nee, Spaß beiseite, Meti wurde zwar ein bisschen weiter weg von mir und wir wollen noch ein paar mehr Videos machen von uns, wo wir gegeneinander zocken, aber, ja, 40 Kilometer und ja, wir sind beide sehr beschäftigt mit der Ausbildung, am Wochenende treffe ich mich mit meiner Freundin, er hat Fußball gemacht, auch was mit Freunden und so, also machen wir das Ganze mal über, übers Telefon, ihr seht ihn hier eingeblendet, dem Meti und ähm, ja, Mailander Derby hier, im Regen, so eine Scheiße, ich hasse Regen, egal, komm, lass uns starten, Meti, muss man sich auch einstellen, wa? Ja, scheiße, ne, okay, also ich spiele mit A10 Mailand, und der Meti ist Inter Mailand, das kann ja was werden, im Regen, im Regen kann ich überhaupt nicht spielen, ey, was macht der Skiericht, ey, will der mich eigentlich verarschen, will der mich verarschen, ey, will der mich verarschen, ey, da war alles der Skiericht schuld, Ja, ne, ist klar, immer der Skiericht, oder der Platz, oder das Wetter, oder der Ballack, oder der Ballack, So, Ballo, no, jetzt aber, und nochmal, ein Haken, oh, nein, 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 Oh, mein Gott, Kuzmanovic, Kuzmanovic, oh, So, einfach, Einfach, ich will der mich verarschen, ey, Ja, der, Ey, will der mich verarschen, Wie nimmt der denn den Ball an? Alter, was machst du denn da, man, du Haufen, ey? Ach du Sch... Ey! Das war faul! Alter! Da geht er ab! El Charavi! El Charavi! Sieht in die Mitte! Wen sieht er da? Der Ballo! Oh! Ballo! Nocerino! Ja, Boateng! Boateng! Garthburg! Giraud! Ne, Kevin Prinz, Boateng! Jawoll! Ballacks Lieblingsspieler! Wo wir schonmal bei Ballack waren, wa? Richtig! Jawoll, ey, wieder da durchgeht, Maschine! So liebe ich das! Ja, Turk! Und dich schon wieder hinten! Immer ruhig bleiben! Oh, oh! Thomas! Ne! Ist das ein Witz? Und dann ist meine Ecke durch! Oh mein Gott, Alter! Oh, ich würd so gern dein Gesicht jetzt sehen! Schade! Oh, ey! Schade, schade, Schokolade! Was? Aber, ey! Von wo willst du noch schießen? Ey, Keeper, dann komm doch auch, ey! Palacio! Dann komm doch auch raus, Mann! Komm doch raus, wenn du schon da bist! Und da sag ich's eben noch immer ruhig bleiben! Ey! Ey, guck mal, der kommt raus! Und dann rennt er zurück! Und dann in den Winkel gebolzt! Ja, du mich auch, ey! Ey! Wunderbare Grätsche! Passend zum Wetter! Mann, 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 ey! Montolivo! Der hat nen Schuss, der Junge! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht für den halben Deutschen! Shit! Der Balo hat auch nen Schuss! Aber auch geil! War nix! Und auch Nerven anscheinend! Oh, das war schlecht! Boah, komm doch, ey! Glück gehabt! Ja, ich hoffe, die Zuschauer können das hier auch alles verstehen, was wir hier sagen! Und die Übertragung ist immer noch gut! Das wird schon klappen, denk ich! Und ich hoffe, ihr seid nicht so traurig, dass ihr den Mädchen nicht sehen könnt! Aber besser als nix! Ich glaub, man kann damit ganz gut leben! Aber kannst ja vielleicht mit dem Bild organisieren, was du da reinschneiden kannst und nix! So, ich schneid dir jetzt erstmal nen Tor rein! Oh, wie schlecht war das denn, ey! Wie schlecht war das denn? Halbzeit! Halbzeit! Ja, was los? Am Anfang noch die großen Töne nach deinem Tor! Ja, was soll ich sagen? Es ist Regen, da weiß man nie, was passiert, ey! Ja, auf einmal ist das Wetter schuld! Ja, komm! Die zweite Halbzeit gehört mir! Ich stelle doch wohl mal ab, als... Ah, komm! Oh, Mann! Das war knapp! Ja! Jawohl, da ist er! Nein! Ich hab ihn schon dringesehen! Oh, wie du wieder am Schwimmen bist, ey! Passend zum Wetter! Ja, regnet ja auch! Ich hab nächstes die Badehose eingepackt, guck! Ja, du gehst selbst schwimmen, ey! Gehst vorne baden, hinten baden! Oh, Junge! Das ist gut hier! El-Sharabi! Ecke! Was willst du denn? Du Clown! Eckenvariante! Wird sie funktionieren? Nein! 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 Wenn's einmal klappt, klappt's auch ein zweites Mal! Oh! Scheiß! Da ist wieder die große Schnauze! Nix dahinter! Nein! Was ist denn hier los? Stankovic, was der denn bekommt, nur erst so langsam! Let's go, El-Sharabi! Das ist ein Traum! Und da ist Balotelli! Balotelli! Mann, ey! Wieso ist denn der denn so weit weg? Puh! Balo! Junge! Maschine! Mit links! Gut gespielt! Was wollt ihr eigentlich? Da bin ich, Junge! Du hast keine Chance! Yeah! War knapp! Wenn das schief geht, ey! Dann lachen die 75.000 Abonnenten aus! Ey! Was machst du denn da, ey? Jawoll! Gib ihn! Gib ihn her! Jawoll! Du machst gut, ey! No! Oh! Da hast du gut gespielt! Aber oh! Boah! Was ne wichtige Grätsche! Was ne wichtige Grätsche! Da geht der Balot! Balotelli! Super Mario! Sieht der El-Sharabi! Nein! Zu lang! Ah! Zu kurz, ey! So'n Scheiß! Siebzigste Minute hier! San Siro bebt im Mailander Stadtderby! Schafft es Mete noch mal ranzukommen? Ich weiß nicht wohin, Alter! Einfach zustellen, Junge! Das ist Verteidigung at his best! Jawoll! Ich seh den Rubinho starten! Da geht der auch noch durch! Rubinho! Ey! Mann ey! Turb! Was machst du da wieder, ey? Du Penner, ey! Ey! Ruhig bleiben! Kann ich dir nichts führen, da so rustikal rauskommen! Mario Balotelli! Yes! Scheiße! Scheiße! Das ist ein Zeichen, da muss ein Stürmer kommen! Ja, ich würd' ja sagen, guck doch selber! Aber, äh, sieht man ja nicht! Ne, ich bring den Villito! Nehme dafür den Palacio raus, der Tor gemacht hat, der ist ziemlich am Arsch! Kuzmanovic kommt raus und der Guarin! Und dafür kommen zwei Idioten rein, die ich jetzt noch nicht kenne, aber... Sehe wir jetzt! Ich hab ja noch nie mit Inter gespielt und man hört ja in letzter Zeit nichts Positives von denen! Naja, würd' ich auch nicht mit in den Spielen, ey! Ja, aber man muss ja mal probieren! Auch wenn ich jetzt nichts mag oder so, aber... Paar coole Spieler dabei! Aber das wär so, was ich an FIFA hasse, ey! Das kann man nicht wegdrücken, ey! Das geht mir richtig auf den Sack! So, da ist er! Niyang! Setzt zum Doppelpass mit Barotelli an! Und das wird auch funktionieren! Und jetzt nutzt Niyang seine ganze Schnelligkeit aus! Flankt in den Rückraum! Ohhhh! Ich wollt' schon sagen, um ins Aus zu laufen... Nein! Oh, scheiße, das ist gut! Jawoll, Kipper! Ja! Mann! Yes! Das ist... Schilotto! Wer das auch immer ist, wer da Informationen geben kann, der kann's kommentieren! Der hat auf jeden Fall die 7! Also das ist denk' ich mal der Ronaldo von Mailand! Also... Geil! Da ist er, Junge! Sag' ich doch! Ey, du... Du triffst mit irgendeinem Deppen, den du nicht kennst! Und? Anscheinend auch ein Profi, wenn er da Geld verdient! Was wir vielleicht noch nebenbei erwähnen sollten... Wir haben auch schon viele, viele Spiele vorher gemacht! Ich weiß... Oh, nein! 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 Was war da denn los? Was war denn da los? Oh, was machst du, Niyang? Hey! Hey, Turk! Was willst du? Boah! Wie, was will ich, Junge? Auf einmal bin ich da! Auf einmal! Außen nix! Ja, ist doch so! Ich seh' dich nicht! Also, körperlich da bist du nicht! Ja, körperlich! Ich bin hier in der Leitung! Ich bin in der Leitung! Geil! Also, ihr habt gehört, der Meti ist in der Leitung! Scheiße, ey! Also, das... Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen hier mit unseren Freundschaftssaisons hier! Hoffentlich! Ey! Was hab ich gemacht? Du kannst nur mal faulen, ey! Nein! Ich bin so ein Depp! Drücke niemals die X-Taste! Bei so nem Scheiß! Nein! Das ist doch nicht normal! Das ist doch nicht normal! Du bist so schlecht! Drei mal Pfosten! Ey, jetzt... Jetzt wär er ein Sieg für mich verdient! Komm schon! Oh! Abseits! Nein! 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 Komm, gib mir doch den Angriff! Komm, setz dich durch! Fuck! Wobei! Alter, du hast doch nicht Glück am Ende gehabt! Das ist doch nicht normal! Okay, ich geb super Glück! Alter! Drei mal gegen den Pfosten! Tja! Drei mal! Passiert! Hintermeiler, das ist scheiße, Alter! Ja, okay, Freunde! Ich würd sagen, wir verabschieden uns! Und... Möchtest du noch was sagen, Meti? Ja! Schöne Grüße aus dem sonnigen Istanbul noch! Haha! Genau! Also... Die Übertragung hat geklappt! Hoffentlich auch ein weiteres Mal! Ich hoffe es hat euch gefallen! Haut rein! Ja! Haut rein! Lasst ein Like da! Schreibt eure Meinung in die Kommentare! Am Ende etwas glücklich für mich! Aber egal! Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal! Ciao!